Es ist wirklich nicht so schwierig, mit einer simplen Technik das Ganze professionell wirken zu lassen. Eine der häufigsten Fragen unserer Kunden, die einen Online-Kurs erstellen wollen, ist, mit welcher Technik und welchem Equipment drehe ich denn mein erstes Video. Deshalb will ich dir in diesem Video eine simple Technik-Checkliste mit an die Hand geben, mit der du für unter 100 Euro Profi-Videos drehen kannst, wie ich das auch schon jahrelang mache, habe schon über 100 Online-Kurse erstellt und vermarktet und es ist wirklich nicht so schwierig, mit einer simplen Technik das Ganze professionell wirken zu lassen. Fangen wir mit der Kamera und den Stativen an. Kamera, siehst du gerade, habe ich ein Smartphone im Einsatz. Das ist mein iPhone 11, kann simpel 4K aufnehmen und sieht wirklich gut aus. Also die meisten Smartphones heutzutage, wenn du ein aktuelles hast, können 4K-Aufnahmen, hochwertige Qualität. Da brauchst du keine teure Spiegelreflex kaufen. Deswegen, keep it simple, vielleicht hast du jemanden in der Verwandtschaft, der so eine bessere Kamera hat, aber wenn nicht, dann nimm einfach dein Smartphone. Ist sowieso einfacher, dann die Videos zu bearbeiten und hin und her zu schicken. Deswegen, keep it simple und nimm dein Smartphone. Zum Stativ kannst du hier sowas benutzen. Das ist so ein Klapp-Stativ. Das ist ganz cool, weil du das auch komplett biegen kannst und so zum Beispiel um eine Stange machen kannst, draußen um einen Ast oder was, wenn du draußen filmen willst. Also das ist sehr, sehr vielseitig und ich liebe diese einfachen Stative, weil du es überall mit hinnehmen kannst und sehr, sehr vielseitig einsetzbar ist. Ansonsten, ja, so ein klassisches Dreibein-Stativ habe ich hier auch gerade auf dem Tisch stehen. Das ist einfach ein bisschen stabiler und, ja, wenn du so stationäre Videos machst, zu empfehlen. Ansonsten ist das hier immer mein Unterwegs-Stativ. Kommen wir zum wesentlich wichtigeren Punkt, dem Ton, ja. Ich habe jetzt hier ein Ansteckmikrofon von Rode dran, das Rode Smart Lab, was du auch einfach in dein Handy stecken kannst, um halt den perfekten Ton aufzunehmen. Ansonsten, ja, gibt es da viele Anbieter. Für draußen sind solche Ansteckmikrofone perfekt geeignet. Gerade wenn du, ja, vielleicht viele Störgeräusche hast, Wind, dann so ein Ansteckmikrofon verwenden. Wenn du am Laptop viel bist, dann nutzt so ein Kondensatormikrofon. Links findest du alle unten in der Beschreibung. Das hier ist eins von AUNA, günstig, glaube ich, 60, 70 Euro und hat wirklich einen Profi-Sound. Also damit nehme ich meine Podcasts auf, Bildschirmaufnahmen, kannst du dann einfach per USB-Kabel in dein, ja, in dein Laptop stecken und schon hast du wirklich hier Tonstudio-Qualität. Und das ist viel wichtiger als ein gutes Bild. Also da kriegen die meisten Full-HD hin, aber wenn der Ton scheiße ist, dann schaut niemand gerne dein Video. Deswegen, achte auf einen guten Ton. Und als Bonus noch das Licht, ja, das vergessen viele. Ist aber auch entscheidend. Ich habe jetzt hier einfach nur eine Lampe und das Fenster genutzt. Wichtig ist, dass es so ein bisschen schräg auf deinen Kopf kommt. Viele haben so ein Ringlicht im Einsatz. Viele YouTuber, finde ich, sieht aber nicht so gut aus, weil du das immer in den Pupillen oder in der Brille siehst. Besser sind da Softboxen, ja. Also wenn du wirklich professionell rangehen willst und ein bisschen investieren kannst, kauf dir zwei Softboxen. Gibt es auch für, glaube ich, 50 bis 70 Euro bei Amazon. Und dann hast du da wirklich eine Top-Beleuchtung, die halt immer gleich ist, ja. Ich habe das jetzt nicht, weil ich hier im Homeoffice bin. Wenn ich ein Studio habe, wo ich immer wieder Videos aufnehme, da kannst du das natürlich einfach aufbauen. Steht es da und du kannst loslegen, ja. Also Licht, entweder Softboxen oder einfach vor ein Fenster setzen. Natürliches Licht ist immer noch die beste Lichtquelle. Und dann noch zur Software, ja. Wie schneidest du und verarbeitest du dann die Videos? Da sage ich auch immer, keep it simple. Gerade bei Apple habt ihr ein Megaprogramm auf dem Rechner. Es nennt sich iMovie. Ist kostenlos, ist vorinstalliert. Und damit könnt ihr schon mehr als genug machen, um ein ordentliches Video zu produzieren. Bei Windows kenne ich mich nicht mehr so aus. Movie Maker hat sich, glaube ich, auch ganz schön entwickelt, seitdem ich es das letzte Mal benutzt habe. Also ich würde immer mit kostenlosen Tools anfangen. Wenn ihr jetzt sehr viele Bildschirmaufnahmen habt und ein besseres Tool einsetzen wollt, dann empfehle ich Camtasia. Damit arbeite ich und damit mache ich die ganzen Einblendungen. Das kann ich als Profi-Tool empfehlen für Bildschirmaufnahmen und dann professionelle Videobearbeitung. Aber auch das ist eher günstig, glaube ich, 200 Euro und nicht super komplex. Achtet darauf, dass ihr das simpel haltet, dass ihr auch schnell so ein Video bearbeiten könnt, weil das frisst sonst sehr, sehr viel Zeit. Ja, zusammengefasst. Kamera, Smartphone, absolut ausreichend. Holt euch ein Stativ, ein simples, was ihr dann immer mitnehmen könnt. Dann achtet auf einen guten Ton. Als Allround-Alternative würde ich so ein Ansteckmikrofon empfehlen. Das dritte ist Licht. Nutzt ein Fenster einfach, natürliche Lichtquellen, geht nach draußen. Oder aber zwei Softboxen und Software mit kostenloser Starten. Und wenn ihr Profi-Videos erstellen wollt, dann Camtasia. Ja, unter diesem Video findest du die ganze Einkaufsliste für dieses Equipment. Kannst du dir dann bei Amazon bestellen. Und dann leg los und dreh dein erstes Video. Ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Like gerne das Video, wenn es dir geholfen hat. Und abonniere den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn du auch dann vielleicht einen Online-Kurs erstellen willst und mit deinen Videos Geld verdienen willst, dann kannst du gerne unser Quiz machen. In zwei Minuten findest du da heraus, welches Umsatzpotenzial du mit deinem Wissen und einem Online-Kurs erreichen kannst. Da viel Spaß. Kommentiere gerne mit deinem Ergebnis. Ich bin gespannt von dir zu hören. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat und geholfen hat, unterstütze uns gerne mit einem Like. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.